Moin Moin! Hallo und herzlich Willkommen zu BauFix24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerung, es geht um das liebe Finanzamt. In diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal 4, 4,5 Jahre für eine große Deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Schufa, ich werde auch hin und wieder mal gefragt. Ja, da gab es einen Schufa-Eintrag. Was durchaus öfter mal vorkommt ist, da sind die Mobilfunkgesellschaften immer ganz schnell bei der Hand. Wenn sie es zweimal hintereinander nicht bezahlt haben oder die Adresse, die Rechnung nicht mehr zustellbar ist, dann tragen die verhältnismäßig schnell in die Schufa ein. Ja, damit können sich eine Menge kaputt machen. Es gibt mittlerweile ein paar Banken, die sagen, naja gut, wegen 100 oder 150 oder 200 Euro machen wir jetzt kein Molly. Aber ist trotzdem blöd. Wir gucken ja, dass wir sie so gut wie möglich darstellen, dass sie mit einem breiten Kreuz auftreten können und sagen könnte, also Dichtbank brauche ich nicht. Ich habe noch drei andere, die mir ja auch die Finanzierung machen würden. Aber wie gesagt, es ist besser, wenn er gar nichts macht. Jetzt habe ich schon den Fall gehabt, der sagt, Mensch, ich bin ein ganz toller, ich habe noch nie einen Kredit gehabt. Ich so, ja scheiße. Wie scheiße? Ja, das ist schon wieder negativ, weil sie dann an der Schufa unbekannt sind. Und sie haben noch nicht bewiesen, dass sie einen Kredit aufnehmen konnten und den auch zurückgezahlen haben. Das ist auch schon wieder negativ. Ja, also es ist ganga. Ja, deswegen, ich bin da auch kein Freund von. Ich finde das auch nicht gut, aber ich erzähle Ihnen das, wie das in der Praxis anläuft. Sind das alle Sachen, die ich irgendwie so finanziere? Ja. Alles? Ja. Also, weiß ich, okay, hier ist ja mal Schufa oder sonst irgendwas. Ist das denn direkt eingetragen in die Schufa? Aber die Schuhe finanzieren Sie doch nicht. Nein. Ach so, ich dachte, das gäbe es auch schon. Ich bin überrascht, dass das manchmal aus dem Media war es, genau. Fernseher oder sonst was. Ist sowas dann da direkt rein? Ja, nur wenn Sie es finanzieren, ja. Ja, wenn ich es finanzieren. Ja, ja, ja. Ja, ja. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung. Alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schiff. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.